Heute ist Welttag gegen Kinderarbeit. Erschweckend, über 190 Millionen Kinder zwischen 5 und 14 Jahren müssen weltweit noch arbeiten. Ausgebeutet, teilweise verslavt. Dagegen wehren wir uns. Die UN-Kinderrechtskonvention sagt ganz klar, Kinderarbeit muss verboten sein. Wir sagen ganz klar, wehrt euch, Kinderarbeit muss verboten werden. Was wir für Kinder brauchen, ist Gesundheit, ist Bildung, ist Kultur, ist ein gutes Aufwachsen. Dafür müssen wir kämpfen, weltweit und deswegen gemeinsam heute am Welttag gegen Kinderarbeit, gemeinsam stehen gegen Kinderarbeit.